Und hatte dann die Schnauze voll, hab mein Gewerbe abgemeldet dann und seitdem bin ich nur noch dann am zocken. Hast du die Plattform denn verkauft oder so? Hattest du daran mal gedacht? Hatte ich schon aber das ist ja da gibt es schon viele Plattformen die halt jetzt von größeren Firmen dann auch supported werden und ich wollte halt mein eigenes Ding dort programmieren. Hat ja Spaß gemacht. Ich bin ja Programmierer und warum soll ich es kaufen oder so habe ich mir gedacht programmier selber. Hast du Spaß dabei? Verkauf meine ich. Ja ja. Findest du keinen und so. Das musst du auch mal rechnen. Das wären ganze Sachen, wenn das einer kaufen wollen würde. Ich hätte ja nicht mal Ahnung, was ich dafür hätte nehmen können. Also es wären nicht billige Wesen und von daher, wenn du überlegst, keine Ahnung, als Selbstständiger Stundenlohn und dann hochrechnest über drei Jahre und so, das bezahlt doch keiner. Ja ja, okay, aber hat es ja Winzen vielleicht ein bisschen weniger oder deutlich weniger, aber hat es Winzen für irgendwas gekriegt noch daraus, weißt du? Und wenn es so 4.000 Euro gewesen wäre. Panther, Achtung. Oh, shit. Dass es hier nicht so Nebelgranaten gibt. Weißt du, so Nebelgranaten? Das wäre doch mal eine Option. Muss mich heilen, komm gleich. Da könnte man hier eine Nebelgranate schmeißen und mal so einen Kumpel setzen. Ja, ich kann sowas. Pass auf, ich schmeiß mal sowas. Das auch 4.000 Euro ist einer, ne? Weg, weg, gucken. So, jetzt. Oh. Denkst du es auch einer, Karsten? Ja. Steh, komm, Karsten. Oder? 3, 2, 1, jetzt. Oh. Schaffst du das? Ja. Ja, ja. Weg. Deckung erstmal. Wir müssen aufpassen, dass der andere nicht wiederbelebt wird. Wo lag der? Rechts. Rechts von dir. Okay. Ja, der wurde wiederbelebt, glaube ich. Von rechts schießt schon einer? Ja, wurde angeschossen. Mann. Hab einen. Okay, super. Heilig. Ja. Und noch einer hier. Ich muss mich erstmal heilen. Halte durch. Ne, ich kann mich durchhalten, ich muss mich halten. Die ist hinterm Zaun am Baum gewesen. Okay. Oh, der lebt wieder. Der lebt wieder der Typ. Typ. Der wurde wiederbelebt, der Typ. Hab ihn. So, wie fehlen denn noch? Einer der hier. Na, wir holen uns jetzt. Bauen wir zum Glück. Krabben? Dann haben wir so, ne? Oder? Den Priester hast du getötet? Ja. Ja, gut. Ja. Er hat sich einen Wolf gefächert, hä? Der hat sich einen Wolf gefächert. Ich dachte erst, das war hier wieder so ein Soundpack. Hab ich auch gedacht. Weil das so viel war. Ja. Da haben sie schöne Waffen. Der Priester hatte, glaube ich, ne Spectre und die Kettenpistole. Die anderen weiß ich nicht. Ja. Hier lootet den noch. Die hier. Na, lootet damit. Ich hab schon zwei. Achso. Ich glaube, die hatte nichts Gutes hier. Einen Karabiner, ein Wetterli und eine Pax. Wo ist die dritte? Ach, da, die war da hinten, ne? Hm. Ja, gut, dann... Ja, hier an dem... Abfahren oder rüber? Ach, scheiße, ist ja da hinten. Ja. Ja, ist ein dritter Weg. Was meint ihr? Hoch oder rechts abfahren? Hier ist sie ja. Können wir hoch, ne? Okay. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch. Aber ich bezweifle es fast. Aber vielleicht können wir sie... Wo haben die alle Ausgänge? Ja, oh. Ja, könnte man es schaffen, wenn man in Richtung Ellen zu einem Fischfarm geht. Ja, aber es ist ja praktisch noch am besten. Ja. Müssen wir mal sehen, halt. Wenn wir... Hm. Ach, hier ist der Boss auch. Das fängt grad zusammen. Ja. Oh, oh, der hat schon rausgeguckt. Puh. Alles tot. Abgeworfen. Oh, noch ein Team. Oh. Ach so, ja. Dann lass uns mal abwarten. Wird interessant. Ich dachte, das war eine Gasbombe oder scheint wirklich ein Automat zu haben. Ja, die müssen von da hinten kommen. Mhm. Da ist ein Wasser unten. Ja. Ja. Oh, ich muss da gucken, wer da im Wasser ist. Ui. Hier sind die außerhalb. Ja, manche sind außerhalb, hm. Hab ihn. Ja. Schön. Saß du auf der Treppe da oben? Ja. Hm. Oh, ich werde von unten abgeschossen. Oh. Ach, für die Waffen bin ich ja alle One-Shot, ey. Ähm, wo ich lieg, wo, wen guck ich denn grad zu, den Carsten? Ich guck mal, Matthias, dir guck ich mal zu. Hier unten irgendwo? Ähm, genau, da gegenüber direkt, genau. Oder wo bin ich, genau doch, da, ist richtig. Den würde ich ganz gerne abbrennen. Dann brenn ab, brenn ab. Da sieht Druck, Druck, Druck. Wo da hinten war noch ein Pferd. Genau, da stand er, unten. Er war mehr rechts gewesen, aber der ist ja wahrscheinlich weggerannt. Das ist ein Zombie. Ja. Wie könnt ihr jetzt den Bounty aufnehmen und gucken? Ja, mach mal. Guck mal, wo der eine bei mir, bei mir eine Leiche ist. Da hinten. Okay, dann könntest du ja wiederbeleben wahrscheinlich. Schön. Hast du? Hm? Ja. Wie viele sind noch? Keine Ahnung. Du hast doch... Carsten, kannst du wiederbeleben da oben? Ja, ich komm, ja. Ja, ja, warte. Aber guck vorher, ne? Ich, dass ich da wieder erschossen werde. Ja, ja. Nee, ist clear. Ach, der ist auch schon einer tot. Hier liegt einer. Ach, das ist schön. Tada. Da bin ich. Ach, der ist auch schon einer tot. Ist auch das Bounty. Da ist ja auch einer oben erschossen. Hier kannst du noch looten. Ach nee, der war da hinten. Der war da hinten. Ja, doch. Da sind die Waffen oben. Ja, hier liegt der Waffen. Die Waffen von dem sind oben. Ja, dann sind alle tot. Ja, hier lagen zwei Teams und eins haben wir vorhin schon kaputt gemacht. Und da war es doch eine gute Entscheidung. Ach, da liegt der unten. Dann können wir ja Richtung Ellen so ein Fischhaus, ne? Ja. Habt ihr gesehen, da oben ist auch noch einer gewesen, ne? Ach so. Ja, ich bin jetzt auf. Ach, da ist es. Ich habe keinen Bock mehr. Gut. Ach du Scheiße, echt? Jetzt mal Punkte. Jetzt stört mich doch. Oh, sieben Jäcker. Sieben Kills. Ist auch eine schöne Runde gewesen. Boah, drei Kills. Ich glaube, ich habe in dieser Runde nur einen Kills, ne? Ja, einen Kills, oder? Bis zum nächsten Mal.